Bei uns im Rhein-Masch-Klinikum haben wir zwei CTs. Die CTs haben ja an sich großes Spektrum, was wir anbieten. Untersuchungen für Patienten, die zur Nachsorge kommen, für Wirbelsäuleuntersuchungen. Herz-CT bieten wir auch an. Also die Arbeit im Rhein-Masch-Klinikum finde ich sehr gut, weil wir sind auch ein modernes Haus. Wir bieten auch ein sehr großes abwechslungsreiches Spektrum, die wir auch abdecken. Da gibt es ja auch Fort- und Weiterbildungen. Wenn derjenige sich Interessen hat, sage ich jetzt mal einen MTA-Beruf abgeschlossen hat, der kann sich immer noch weiterbilden lassen in Richtung zum Beispiel Technik, Medizintechnik, allgemein, was einem halt einem so am Herzen nahe liegt. Also du hast was Gutes getan, nicht nur für dich, auch für den anderen, für Patienten. Damit hat man auch irgendwie seinen Erfolg und damit man auch weiß, wofür du da bist.